Hallihallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play James Bond Go Night Ja Okay, diesmal mit einer wirklich neuen Welt, wo wir echt noch gar nie gespielt haben Wo es auch doch, ich glaube das ist sogar in der Kampagne dabei Halb Häuserkampf, halb Ähm, ja What the? Hast du mich gesehen? Ja, ich hab dich gesehen Shit Wirklich? Aha Nein Doch Nein, hast du mich Oh doch Scheiße Ja, es gibt wieder, äh es gibt kein Ding mehr, kein Berührungs... Ja Das freut dich gut Ja, das freut mich Kann ich wieder schlagen, was das Zeug gilt Man, ich ist ja voll schwer zu schlagen Wie wirst du? Oh Du hast den Laserpointer Was, wo ich bin? Ja Ich hab dich grad gesehen Ja Ich hab's da in... Warte Haha In den Kochtopf... In den Kochtopf springen Ich weiß glaube ich wo du bist Ja Ja Schlau Überall Papier, alter Das schwebt Uuuuuh, schwebt das Papier Jetzt ist es unsichtbar Nicht die ganze Zeit campen Nicht die ganze Zeit campen Ich campe dich aber so und wenn dich raus holen siehst du mich Echt? Mhm Ne, glaub ich nicht Doch Echt? Mhm Cool Glaub ich nicht Ne, schau Wie soll ich da hinkommen? Ach Ich bin... Du bist ja ganz woanders Schau Hä? Was? Du hast ganz woanders Wo ich gedacht hab Haben wir das Wort die Zeit mal gegeben? Ja Echt? Hast du gedacht? Du bist... Bin ich bin worden? Ja Hätte ich jetzt nicht gedacht Oh Da muss man viel springen in dem Level Ja Sehr viel damit man weiterkommt Das war meine Mama Oh Das war meine Mama Oh Du bist schlau Oh Du bist schlau Anderes Waffenset mal nehmen Ich bin noch nicht gestorben Ich nehme jedes Mal ein anderes Waffenset Ja Ich bin aber mit der Waffe noch nicht gestorben Nein Mann, ich hoffe die ganze Zeit, dass ich dann da hoch gehen kann Ja Das wär cool da so Oh, kann man sogar Echt? Ja Nein Nein Ne doch Mann Ne, da ist der Weg versperrt Ich weiß nicht wo du bist Okay, aber die weiß ich gut Vielleicht war Bei der Waffenset Ja Anderes Waffenset war da jetzt unbedingt nötig Ja Aber wir sind halt immer an der gleichen Stelle, ja Irgendwie schon Das regt auf Die ist so klein die Map Die ist doof, die finde ich. Boah, mit der Wolle war da. Gerade wo du runtergetan hast. Was? Gerade wo du dein Magazin ausgeklopft hast, hast du Knall gemacht. Ja. Hat's Knall gemacht. Hat's Knall gemacht. Ja toll, du siehst mal neben der Beute und ich. Oh, fuck. Schon gut, so eine Wäufer. Oh, die Kitschel. Ja, die regt mich auf, die Welt. Und warum bist du da geboren, wo du gestorben bist? Ja. Eiskalt. Ja, auf mein Ding stammt. Nein, stimmt gar nicht. Ja, das... Alter. Drei Rauchgranaten auf einmal. Mann, ich hasse die Map. Ich auch. Okay, wir brechen das ab. Und bis gleich. Gut, wir gehen weiter. Ach so. Obwohl, irgendwie lieb, würde ich dieses Waffen-Set gerne behalten. Boah. Boah. Boah, der wird nicht tot. Echt? Ja. Boah, der wird nicht tot. Echt? Ja. Yeah. Boah, der wird nicht tot. Nein. Keine Scheine mehr schießen. Wollte ich eigentlich auch mal sagen, so Sniper. Boah. 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 Boah, die hab ich heute echt nicht gesehen. Nicht? Musst du öfters mal den dunklen Mann machen. Boah, ey. Boah. Boah, ey. Ich weiß noch, wo ich bin, aber kannst du schießen. Ich habe eine Granate auf den Kupfli. Das war ein bisschen praktisch. Ja. What? Du läufst zurück und ich dachte, du bist da. Ich habe nicht gesehen, wie du in deine Hand auf der Kette gegangen bist. Ja, fleck mich. Fleck mich? Fleck mich? Ich habe fleck mich gesagt. Du hast fleck mich gesagt. Was hast du da denn überhaupt noch? Ja, ja, ja. Vielleicht nehme ich mal, ähm, weil ich aber... Ui. War asnig. Ich glaube, ich halte den Fall in den Fall. Ich habe ganz schön am Passagieren. Oh, ich war genau auf der Mine. Ich bin da hingegangen, dann war das da. Dann bin ich da hingegangen. Ja, ja, das habe ich gesehen. Das war jetzt absolut... Ich habe zwei Scheiben erschossen und ich erschossen. Glück. Durch diese Scheiben, wo man nicht mal durchschauen könnte. Oh, an der anderen Seite. Ja! Der ist halt gleich weiß. Wenn du auf mich schießt, ist doch da immer ein Teil. Nein, das ist doch nicht so. Der hat trotzdem hier, der gleich weiß. Und, andere Seite. Oh, andere Seite, oder? Wo ist er? Loch. Lololololololololololololol. Okay. Die Palme explodiert. Echt? Aha. Oh Oh Scheiße, jetzt habe ich keine Kanade mehr, doch So will ich halt Die Mülligen Oh, wie geil, natürlich Ich bin und du bist, ich habe nicht mit der Kanade abgeschossen Abgeschossen Oh Mann Jetzt hast du dich verraten Jetzt hast du dich verraten Ja Ja, ich habe keine Schüsse Alter, ich habe einfach nur in den Nebel geschossen und habe sich mit der P99 getroffen Was unmöglich ist eigentlich Ah, ah Aus der Entfernung Oh, oh, oh Oh, oh, oh Was habe ich, zeig mal Ah, schon Jetzt war gar nicht die P99 Ich glaube, du hast einfach nur geschossen, oder? Na ganz toll Tschüssi 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 Ja, merkt mal Ja, ich habe Tschüss gesagt und wollte mal das weg tun Ja Oh, ist die Waffe geil Echt? Ja, hallo, ich habe mir zwei Schüsse auf dich gefeuert Echt? Habe ich gar nicht gemerkt Mhm Hast du zwei Schüsse gebraucht? Ja Total viel Ja 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 Ja, mit der Waffe Ja, woher weißt du es? Achso Ja, woher weißt du, dass ich dich neu brauche? Weil ich dich gesehen habe Aha Lutsch Lutsch Ja Ja Lutsch Lutsch Na ganz klar, dass du darauf weißt, dass da eine Mine liegt Geh Was? Dass du genau weißt, dass da eine Mine liegt Was? Ich habe auf dich einige geworfen Und die andere habe ich Habe ich Ich habe auch eine Granate gemorfen auf dich Ja Und hast meine Mine daneben Nein Was? Du hattest keine Mine da oben Nein Und woher soll ich die Mine wissen? Du weißt doch ganz genau, dass ich keine Minenwurf Keinen Minenwurf den habe, oder? Hm Du Schlutsch Du Schlutsch Du Schlutsch Du Schlutsch Irgendwann ist es echt offensichtlich, dass du da oben bist Aber du weißt nicht wo Was? Du weißt nicht wo Du hast gar nicht recht Boah, jetzt ist Schiss, gell? Ja, total Ja, total Du Schiss, hä? Jetzt hast du schon dir oder was? Ja 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 Sie konnte nicht überleben Nur weil ich runtergesprungen bin Mhm Oh, hier, hier, oh Schau mal, diese schöne Scheibenwahl Ah Ah, das ist so ein Hab ich mit meiner Oh, yeah Ich hab dich Ich weiß Ah Nein 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 Nicht einen Nicht einen Schuss Nicht mal zerstören Lass es Nein Das ist doch ich mein Körper Ja, aber du darfst es Ja, du bist da drin Ja Du bist da drin Ja Du darfst nicht Boah, du Oh, Headshirt Headshirt T-Shirt Angriff 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 Oh Hab ich das nicht toll gemacht? Ja Ganz super Was? Das war doch super Ne, das war super Ich hab keinen einzigen Schuss gebraucht Nur zwei Minen Ja Das war super Äh Nur wenn ich da drin bin, darfst du machen Nix darf ich nicht machen Ich komm zu dir rein, dann darfst du Ja Aber davor nicht Mhm Ja Ja Warum bist du nix, oder? Ne Doch Ja, drei Was? Du hast die Zeit unbegrenzt Ich weiß Okay Zehn Neun Acht Zeben Drei Zwei Eins Zwei 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 Zwei